Hey zusammen und damit ein unglaublich herzliches Willkommen zum Motoblog. Vor kurzem erreichte mich die Frage, was macht ihr eigentlich, wenn ihr nicht im Motorrad fahrt? Und spektakuläre Dinge wie zum Beispiel Panzerfahren. Bitteschön. Bitteschön. Sechs, sieben, gefilmt es. Bitteschön. Bitteschön. Mein Puzzle! Halt mein Puzzle! Mein Puzzle! Jetzt mein Puzzle! Ja, geil! Halt mein Puzzle! Das ist ein Puzzle! Das ist ein Puzzle! Das war die Worte! Das war die Worte! Was soll ich die Überlegung? Was soll ich los? Was soll ich den Worte? Was soll ich? Worte da? Was soll mich? Musik 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 Musik